Soll ich es auch nicht packen? Wenn sie an der Fluss kommt. Wollt ihr die Tasche bei mir unterbringen, damit sie die Hände hoch... Josef, ich habe gedacht, dass ich ein bisschen echt dampf noch in den Oma. So als Bonus, ein bisschen echt dampf. So als Bonus... Ich habe mich einfach wie ein bisschen mehr in die Hände hochgebracht. So als Bonus... 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 Sie steht! Oh ja! Ist ein Blut! Wer ist das? In dem hier? Ja, das ist gut. 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 Ja, das ist gut.